Mein Name ist Kai Sukko von Beamer24. Ich habe heute Chance genutzt und habe den Optoma Pro Scene ZU850. Das ist ein Installationsbeamer mit 23 kg und 8200 Lumen und hat eine Auflösung von WUXGA. Ein Laserprojektor mit einer Laserengine mit einer blauen und roten Diode. Er ist für einen 24-7-Stunden-Einsatz geeignet und bietet darüber hinaus noch in seiner Ausstattung HD-Base-T. Da kann man zum Beispiel den Projektor direkt über ein LAN-Kabel verbinden und so die Bilddaten an den Projektor senden. Ja, die Ausstattung ist reichlich. Ich möchte jetzt den Projektor zeigen, wie der live projiziert und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. DERRICHT 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 Bei einem Blick von oben auf die Erde ist es unmöglich, nicht überwältigt zu sein. ...planet Erde zahlreiche Naturwunder gezeigt. DERRICHT 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 Und wir werden unsere Städte erkunden, um zu sehen, wie sich... Und wir werden unsere Städte erkunden, um zu sehen, wie sich... Und wir werden unsere Städte erkunden, um zu sehen, wie sich... Und wir werden unsere Städte erkunden, um zu sehen, wie sich... Und jetzt wollte ich nochmal auf die Optik eingehen. Es handelt sich ja hier um einen Projektor, der ohne Optik geliefert wird. Das heißt, ich muss mich jetzt für meine Situation oder für Ihre Situation... ...muss ich mich für eine spezielle Optik entscheiden. Und hier brauchen Sie sehr wahrscheinlich fachmännische Hilfe. Und die wollen wir Ihnen bieten. Ich würde sagen, Sie können uns telefonisch dazu kontaktieren. Alles, was Sie dazu benötigen, ist die Größe des Raumes, also Länge mal Breite, Entfernung zur Leinwand... ...und natürlich die Bildgröße. Und wir errechnen Ihnen dann, welches Objektiv für Sie geeignet ist. Bis dahin, erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen guten Tag. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017